8.9.2018 Wird gegen Langzeitparker vor Einkaufsmärkten jetzt die Parkkralle eingesetzt? Die Antwort sehen Sie in diesem Video. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Bestrafung für Langzeitparken. Die Parkkralle soll eine Weiterfahrt verhindern. Betrachtet man die Parkkralle aus der Nähe offenbart sich jedoch eine ganz andere Ursache für den Einsatz der Parkkralle. Der stark abgefahrene Reifen ist wohl definitiv der Grund den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern und somit die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.